Mein Name ist Christoph Tathier, ich bin Business Development Manager bei der B2B Protect GmbH. Wir entwickeln innovative Absicherungslösungen und Vertriebswege für den deutschen Markt. Unter der Marke Klimaprotect widmen wir uns Produkten im Bereich Energieeffizienz und regenerativen Energien. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie wirtschaftlich getrieben ist. So machen Investitionen in die regenerative Energieerzeugung nur Sinn, wenn Unternehmen daraus einen Vorteil generieren können. Bisher fehlt es Investoren an Sicherheit, dass der vom Energiedienstleister versprochene Output einer neuen Anlage, beispielsweise im Bereich Holzverbrennung, Biogas oder Energie aus Abfall, auch erreicht wird. Unser Versicherungsprodukt Energy Output Performance Protect setzt genau dort an. Durch EOPP kann ein Energiedienstleister die garantierte Wirtschaftlichkeit einer Anlage absichern. Sollte die vom Energiedienstleister garantierte Energiemenge nicht erreicht werden, so erhält der Endkunde eine Ausgleichszahlung von der Versicherung. EOPP schafft somit das benötigte Vertrauen und führt letztendlich zu mehr umgesetzten Maßnahmen im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Von Energy Output Performance Protect profitieren alle Anbieter im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Wir sind uns sicher, dass EOPP ein Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende ist.